Körperhaare, Falten und Pigmentflecken beschäftigen die Menschheit seit Jahrhunderten. In neuerer Zeit kam der Wunsch nach einem straffen Körper und einer ansprechenden Silhouette hinzu. BuWellDreams ist der Pionier für effiziente Beauty-Treatments ohne Skalpell. Der VakuStyler hilft effizient, Zellulite zu bekämpfen. Mittels eines speziellen Über- und Unterdruckverfahrens wird die Durchblutung angeregt und so das Gesamtbild bereits nach der ersten Anwendung merklich verbessert. Noch effizienter kann diese Behandlung in Kombination mit speziellen Wirkstoffen erfolgen, welche wir mittels Body-Wrap-Verfahren in die tieferen Hautschichten einschleusen. Fettzellen einfach zerplatzen lassen und das schmerzfrei. Mittels Ultraschall-Kavitation ist dies möglich. Bei BuWellDreams kommen Geräte der neuesten Generation zur Anwendung. In Kombination mit einer Low-Carb-Diät sind die Erfolge verblüffend. Mittels modernster IRF-Hochfrequenz-Technologie wird die Kollagenproduktion in der Haut angeregt. Dies hat zur Folge, dass das Hautbild straffer und vitaler erscheint. BuWellDreams wendet ausschließlich kosmetische Geräte mit entsprechender Zulassung an. So auch bei der dauerhaften Haarentfernung. In nur wenigen Sitzungen werden die Haarwurzeln mittels Lichtimpuls zerstört und dadurch das Wachstum verunmöglicht. Falls Sie einmal keine Zeit haben, uns zu besuchen, in unserem Onlineshop finden Sie Ihr passendes kosmetisches Produkt.